Hey, 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 liebe Nachtschwärmer, hier ist 88.4, kein Bier für Trier. Gerade eben ist die erste Kryptoparty in Trier-West zu Ende gegangen. Den drei einzigen Besucher möchten wir hier noch einen letzten Gruß mit auf den Weg geben. Falls ihr noch an der Tanke vorbeikommt, bringt noch eine Europolette Club-Marte mit. Dude, ich hab gesehen, du hast dein Sky-Becount gelöscht. Das soll doch nur ein Info-Abend sein. Nee, also Junge, also ein Info-Abend ist für mich was anderes. Das waren doch nur gut gemeinte Tipps. Du musst ja nicht gleich hier die harte Schiene fahren. Sicher das? Was hast du denn schon zu verbergen? Mein Familienrezept für die gute Tom-Jungesuppe geht niemanden mal an. Ja, ja, aber Hauptsache alles ungesichert in der Dropbox. Nee, die Zeiten sind vorbei. Alles nur noch TrueCrypt und die Backups machen ich auf Schallplatte. Und wie viel Terabyte kriegst du da drauf? Hm, also die Credence passen draus. Junge, die Bowling-Einladung kam gerade auch von Gmail unzustellbar zurück. Alter, wenn du mich wirklich erreichen willst, dann schick mir eine Gottverdammte OpenPGP-Brieftaube. Aber über WhatsApp erreicht ich doch, oder? Ja, WhatsApp habe ich noch insettiert. Da dreh mich da auch hinten rum. Google Plus abmelden, App.net Quatsch anmelden, Twitter dicht machen. Ich war sogar mal bei Foursquare der Mayor vom Jenseits. Bis Gott sich wieder eingecheckt hat. Es geht doch nix über einen guten 256-Bit-Verschlüsselungsstuhl. Nee, sind Sie rudimentär 21 oder Hans-Urlo 85? Jüngelchen, aus dieser Wohnung wurde uns ein Datenleck gemeldet. Nee, ein ganz schön großes sogar. Da hilft nur vom AC. Da hilft nur vom AC. da habe ich auch noch nicht enterprises astronautys. Das war nix über 50. Daher kaum ein прев�en 터f, da sind sie니까 nicht immer. Das war nicht je nicht.